Hi, ich bin Louis Brettauer. Ich freue mich riesig über die Nominierung zu den Olympischen Spielen und ja, Rio, mein zweites Mal. London lief hier und da noch nicht so richtig gut, aber da konnten wir viel daraus lernen und jetzt bin ich wirklich gewillt, es besser zu machen. Also, bis dahin, drückt uns die Daumen.